So, guten Morgen und guten Abend meine Freunde des unglaublich guten Geschmacks. Wir spielen mal wieder Rage und ich weiß gar nicht mehr, was wir als letztes hier gemacht haben. Irgendwas haben wir scheinbar gemacht, aber ich habe keine Ahnung mehr. Legen wir mal los. Grafikfehler? Ach, das geht so. Ja, da haben wir scheinbar alles erledigt. Ich glaube, letztes Mal waren wir mal drüber an Philosophieren, ob es nicht irgendwie sowas wie ein Questlog gibt. Dann haben wir hier... Inventar bauen. Irgendwie zuckt hier alles merkwürdig, egal. Äh, hier, das ist Jobs, ja, Jobs. Fahrer nach Nordwesten. Ja, machen wir doch mal. Erstmal werden wir die Steuerung von dem Spiel gewöhnen, so. Guten Tag, Herr Bürgermeister. Oh, das ist doch ein Mann. Wir haben in letzter Zeit vermehrt Taschendiebstähle und andere kleinere Delikte beobachtet. Wir werden dies nicht weiter tolerieren. Schön. Wer bei einer Straftat erwischt wird, kommt umgehend vor Gericht und wird im Zweifelsfall verbannen. Irgendwie zuckelt es hier hart, äh. Äh, liegt wahrscheinlich daran, dass ich einen neuen Grafiktreiber installiert habe. Aber man weiß es nicht. Ne, warte mal. Einfach hier rein, ne? Genau, da ist mein Karren. Ja, äh, nee. Tunen. Äh, reparieren. Ne, ich möchte hier verlassen, muss ich, ne? Hier, zack, verlassen und ich möchte nach Öland. So. Hervorragend. Jo, da sind wir auch. So, jetzt müssen wir da lang heizen. Ah, diese komischen Lila-Kack-Grafikfehler gibt es also auch noch. Noch zusätzlich. Hervorragend. Beziehungsweise geht so. Hervorragend. Stopp. So, und jetzt muss man ganz tief rein ins Banditenterritorium. Warte mal, hier kann man doch bestimmt irgendwie... ...kann ich die Waffe wechseln. Ey, sag mal. Ah, jetzt haben wir Raketen, das ist schon wesentlich besser, würde ich sagen. Äh, grafisch, fehler, technisch ist das hier aber grad ziemlich gay. Äh, Sprung. Blah. Oh, oh, was ist das denn jetzt? Oh. Ne, das war irgendwie nicht so toll. Totaler Kontrollverlust quasi. Ja, Kontrollpunkt laden. Weil wir grad schon bei Kontrolle sind. Ja. Laden, 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 laden. Laden. So, und jetzt musst du einmal direkt die Raketen reinmachen, dann freu ich mich nämlich. Ups. Boah, heute ist mir, das Spiel ist mir mittlerweile... ...weil hat hier mit den Fehlern, mit den Grafikfehlern, hat schwulg grad echt ab. Äh. Boah, jetzt nimm mal das Schätzchen hier auch mit. Ja. So, Turbo gab's ja auch noch, richtig. Genau. So. Jetzt sollen wir also hier lang heizen. Ups. Dann hier hoch rein. Mit den Fehlern hat... ...ist aber grad eine harte Angelegenheit hier. Gebiet verlassen. Okay. Hätte scheinbar noch ein paar Typen wegballern müssen. Alles klar, hier hin sollten wir scheinbar, was auch immer hier ist. Aussteigen. Wer leer denn? Gute Arbeit. Diese Ausrüstung haben wir gebraucht. Ach ja? Aus dem Rückweg auf. Wir sind jetzt von Banditen. Schön. Mich würde jetzt trotzdem grad mal interessieren, warum das die ganze Zeit so an rumzucken ist. Hm. Na ja. Vielleicht gibt's ja auch mal wieder ein Update. Who knows? Was ist denn jetzt hier? Hier müsste ich auf jeden Fall noch Banditen, die da machen. Ich denke, das werde ich dann auch direkt mal durchführen. Wie, den hab ich jetzt gerammt und der ist dafür... ...in Arsch gegangen, oder wie sieht das jetzt? Scheinbar hart, ja. Tja, dann ist er da eben so. Da haben wir auch noch einen, dann kommen wir her, schätzen können. Ne, das ist hier so ein... ...ne Bombe. Sollten wir vielleicht nicht ran. Tippie einfach mal. So, also jetzt haben wir irgendwelche Leute mit Nachschub... Ich muss erst mal wieder hier in die Story reinkommen. Irgendwelche Leute mit Nachschub versorgt aus... ...Wellspring, denke ich mal. Ach, das war hier die Mission von Sheriff. So, auch mal wieder rein zum Mickey-Boy. Ja, da sind wir wieder. Reparieren. Äh... ...wann schon teuer, ja. Egal, reparieren. Verlassen und wir wollen nach Wellspring. ...neue Geschäfte gewährleisten. Leider werden einige von Ihnen zur Umsetzung dieser Maßnahmen... ...Ihre Wohnquartiere aufgeben müssen. Ich versichere aber, dass wir alles Menschen... ...müssen, um Ihnen zu einer neuen Wohnungsstatt zu verhelfen. Bitte haben Sie dabei die Möglichkeit, Ihr Stuld als bei der Schrift. Also müssen wir auch zum Sheriff. Ich bin sicher, dass keiner von Ihnen ein Interesse daran hat, dass ich die damals... ...Sheriff. I'm not a sheriff, but I didn't shoot the deputy. Komm her. Blacky. Natürlich. Richtig. Alles klar. Okay. Ja, natürlich schaffe ich das jetzt hier. Warum ist die Maus auf einmal so schnell? Weil die sind immer so schnell hier im Spiel. Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich mache es einfach mal aus. Ändern. Äh, jetzt habe ich auf jeden Fall deutlich mehr Frames. Und ich hoffe... So Fehler können nämlich auch schon mal durch Anti-Lizing auftreten, wenn ich mich richtig erinnere. Aber hier sieht es jetzt auch schon bedeutend besser aus, möchte ich mal... Oh, nein, doch nicht. Schade. Aber ist weniger, oder? Ach, keine Ahnung. Who fucking cares? Ah, ich würde schon sagen, ist weniger. Wir hatten ja irgendwelche Baupläne bekommen von Sheriff, richtig? Bauen. RC-Bomber. Bauen. Gut. Verlassen. Alles bauen. So. Achtung, Achtung. Du solltest ein bisschen vorsichtiger sein. Gibt's verdammt viel, viel Reparatur in der Stadt zu sorgen. Ist das so? Ist das so gut für dich oder nicht? Mal so ganz nebenbei, ja. Äh... Tieren verlassen. Ich möchte ins Öland. Glaube ich. Ja. Möchte ich. Um so einen Banditen-Clan hochzunehmen. Genau das möchte ich. Na dann mal los. Ähm. Mit dieser Dinge können wir ja einfach auch mal wegranen hier. Where Vamps? So, und jetzt kommen wir hier wieder runter. Und dann kümmern wir uns mal um die scheiß Banditen. Die kriegen jetzt nämlich mal ordentlich einen auf den Sack. So. Den hüpfen wir ja auch mal. Rrrr. Warum? Kann ich dich nicht abballern? Ist klar, hier ist der Laden. Wir gehen hier. Ja. An. Schön. Rein. Und dann machen wir jetzt mal ein bisschen Agro hier. Das gibt's mal so richtig schön auf den Sack. Heimliche Angriffe. So war das auf kleine Mädchen. Da hab ich keinen Bock drauf. Ein bisschen Krieg muss man machen hier. Ups. Ich mein, da hat ja jetzt nur nicht endlos viele von, oder? Die sind wohl hier scheinbar eher so die Technikfreaks unter den Banditen. Ich hab viel zu viele Waffen. Vor allem sind die alle leer. Schön mit Schrotflinte und Zielfernrohr. Scheiß. Wo sind hier meine Scharfschützenbolzen? MG. Lauf. Spass. Komm her. Meine Fresse.